Ich bin immer noch dabei, die Platte aufzunehmen. Ich bin immer noch einfach dabei. Ich habe auch ein paar super neue, geile Songs geschrieben. Eine Kamerversion von Life Wedding. Und ja, es ist also jetzt so in den Endzügen. Und dann machen wir was mit Reihenfeuer zusammen. Ist aber immer noch eine Überraschung. Aber da wird irgendwas angehen. Und ich bin auf jeden Fall bei dem ersten Spiel dabei. Und fünf Punkte drucken. In Mainstadt ist okay. Ja, und haben wir einen Satzvertrag in Amerika. Und man hört, da geht es am 11. März los. Dann machen wir ein paar Backtricks. Und das ist auch wieder längere Zeit. Und das erste Mal das Verlar live. Und wieder was machen. Und da freu ich mich ganz gerne. Ja, und der Einzelne ist der Jürgen Engler von den Coop. Hey! Und das ist der Stück Barriese. Jürgen, kurz machen müssen wir alle weg. Und... Also, die Jungs, die Jungs, also was gleich passiert, im Background war es gar nicht. Gitarren und deine Stimme live antworten. Ja, ja, das ist doch das allererste Mal, ja. Das erste Mal... Ich weiß noch ganz genau wie ich das erste Mal... Und jetzt ist es ein anderes Thema. Wir wollen nicht drüber. Äh... Aber dann gibt es gut heute. Warten wir uns im Stadion. Da habt ihr eigentlich gar nicht gehüpfen gesungen. Äh... Habt ihr jetzt noch ein besonderes Jazz für Ritefire bekommen? Ja, klar. Wir haben uns seit vier Jahren gut geworden. Mit meiner Band. Mit meiner Welt kamen. Sie sind die gut geworden. Die sind 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 gut geworden. Ich würde fragen. Wie wollen Sie jetzt hören? Wie wollen Sie jetzt sehen? Begrüßt hier auf die Ritefire Bühne heute. Mit Ihrem zweiten Radium. Hier in Zürich. Ja, der Jürgen Engel macht ja auch teilweise unsere Platte. Also, wir machen fünf Prozent hier. In Deutschland. In New York. In New York. In den Herren. Und ja, also... Wir sind super clean. Und kommen gut voran. Wir können super zusammen arbeiten. Und das, wie das halt hier sich zum Ritefire ergeben hat. Wir können nicht alle an den Jürgen gepackt. Aber nicht nach der Tat stehen. Wir wollen flagen. Wir werden am Nachmittag. Aber wir werden am Nachmittag. Aber wir werden noch alles schnell eingeprofen. ganz wichtig gesehen. Nachmittag. G703